Hallo Leute, Radlauge hier. Willkommen zu einem neuen Format hier auf dem Kanal. Das Ganze nennt sich Kanal Talk. Und ich möchte euch hier einmal ein bisschen einen Einblick gewähren in das, was als nächstes hier auf dem Kanal geschieht. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr auf jeden Fall gerne dranbleiben. Wird hier allerdings kein Anno-Tutorial oder ähnliches kommen. Das gibt es dann wieder die nächsten Tage. Und ja, zunächst einmal möchte ich mich bedanken für über 1800 Abonnenten. Das ist wirklich verrückt. Und so kurzer Zeit so viele Menschen hier versammelt. Das ist wirklich eine schöne Sache und motiviert mich auf jeden Fall auch hier weiterzumachen. Und ja, ich bin nächste Woche auf der Gamescom. Das ist so das erste große Thema. Und ich bin da am Donnerstag und Freitag jeweils anzutreffen. Werde mich dann dort auch in der Nähe der Ubisoft-Launches herumtreiben. Wenn die Anno-Präsentationen da sind. Und also wenn ihr mich dort seht, könnt ihr mich auf jeden Fall gerne ansprechen. Würde mich freuen. Dann können wir ein bisschen über Anno quatschen. Und ansonsten werde ich dazu auch im Nachgang nochmal ein kleines Video machen. Denn ich habe den guten Barb, meinen Moderator aus dem Twitch-Stream mit dabei. Der wird da ein bisschen mitfilmen. Und da werden wir uns das Ganze ein bisschen anschauen. Und dann kommt da im Nachgang auf jeden Fall noch ein kleines Video dazu. Und dann wollte ich nochmal kurz einen Ausblick darauf geben, wie es so in nächster Zeit weitergeht hier auf dem Kanal. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr täglich die Let's Plays rausbringen, weil die einfach sehr viel Zeit kosten zum Hochladen, zum Rendern und so weiter. Das heißt, die kommen wahrscheinlich jetzt dann im Zwei-Tages-Rhythmus. Dafür will ich aber dann auch wieder mehr Tutorial-Videos machen, womit ich ja hier auch angefangen hatte, um einfach auch dort die Layouts fertig machen zu können. Außerdem habe ich noch ein paar Themenbereiche, die ich einfach abgehandelt haben will. Und dann werde ich auch mal schauen, wie oder in welcher Form ich das Zwei-Millionen-Projekt auch auf YouTube bringen kann. Im Moment ist das ja nur im Stream zu sehen. Hier im Hintergrund, in diesem Video, habt ihr auch immer wieder mal Bildmaterial davon eingeblendet. Aber ich möchte auch schauen, dass ich da irgendeine Art von Zusammenfassung auch machen kann über den Progress, der da so passiert. Aber wie und in welcher Form, das weiß ich noch nicht. Lasst euch da mal überraschen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Nur mal ein kurzes Update von meiner Seite. Ich wollte das jetzt nicht hier in Let's Play irgendwo reinpacken, wo es vielleicht ein bisschen untergeht. Sondern tatsächlich als kleines Extra-Video für die, die es interessiert. Und ihr könnt mir einfach mal in den Kommentaren schreiben, wie euch dieses Format so gefällt. Oder ob ihr das vernünftig findet. Oder ob ihr sagt, ne, macht das doch einfach in die anderen Videos irgendwo zwischendurch hinein. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Als Gedanke für die nächste Episode hätte ich mir vielleicht gedacht, oder für die nächste Folge von dem Ganzen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Kanal oder zur weiteren Ausrichtung oder wie auch immer, dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare hauen. Und dann versuche ich einfach im nächsten Video so ein bisschen darauf einzugehen. Also im nächsten Kanal-Talk sozusagen. Und ja, das war es dann auch schon. Und falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch natürlich einen guten Tag, einen guten Abend und eine gute Nacht.